Modern leben in einem historischen Gebäude? Geht das? Ja, ich glaube das geht. Das zeigen wir Ihnen jetzt in diesem Video. Moin, mein Name ist Thomas Malz von T. Malz Immobilien. Wir möchten Ihnen heute eine sehr charmante Immobilie vorstellen in Syrup, die nicht weit entfernt ist vom Südensee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020